Ein Großfehler mit meinen Liefernheimen. Ja, das ist eigentlich ein Wettkampf, das ist so. Man muss den Rest nicht verhindern. Und das ist leider nicht passiert. Ja, also morgen muss ich nochmal alles geben. Ich habe noch eine Chance. Es ist nicht einfach, aber die Chance ist immer da im Sport. Und einfach alles geben. Das ist jetzt mein Motto. Und es ist nichts sakrieren mit dem Börner. Also ich habe Angst vor niemandem. Und ich muss einfach Gas geben jetzt. Ich habe gesagt, es ist so viel Punkt. Das ist das erste Mal wie das Klaviasa. Das ist das erste Mal wie das Klaviasa. Ja, auch. Weil ich frei bin für die zweite Teil von meinem Programm. Morgen ist es ganz anders. Es gibt viel mehr Elemente. Und es ist schwieriger. Aber ich habe, ich möchte ganz, ganz gern in diesem Programm und in diesem Bild ist auch speziell für mich. Es ist ein Tanz, wo man viel, viel, viel Leidenschaft nimmt. Ja, hoffentlich morgen werden die noch viel mehr begeistert werden. Danke. Danke.